Ich kann es Ihnen noch viel besser sagen. Ich mache immer Wahl-O-Mat. Und bei der letzten Wahl kam bei mir raus, 50% Übereinstimmung Grüne, 50% AfD. Und ich war geschockt, 50% Grüne. Das heißt, wenn das rauskommt, bin ich erledigt. Und das heißt aber, das ist das Bedenkliche, kaum ist man mal für Waffenlieferungen und Kriegseinsätze, wird man in so eine grüne Ecke gedrängt. Und, äh, äh, ja, und, äh. Dagegen muss ich mich natürlich wehren.